Yo meine Kollegen, was geht? Willkommen zurück zu Spiel mit der Waffe. Wie ich gesehen habe, haben wir einen anscheinend ziemlich starken Gegner, was ich auch toll finde. Äh, denn dann haben wir wieder eine kleine Forderung. Gegner, hallo? Er chillt hier auf der Treppe, natürlich. Was denn auch sonst? So, danke sehr, mein Meister. Ja, dieser Wave Pepsi, ich habe es gewusst, das ist kein schlechter Spieler. Hatte ja 177 Punkte pro Minute. Und wir haben ja nur 171. Der ist wirklich gut. Und der weiß, auf wie man diesen Modus richtig zorgt. Ne, verpiss ich. Aber er patrouilliert halt. Immer an derselben Stelle. Da ist er. Ich muss erst mal ein bisschen Movement auspacken, und sonst schaffe ich das hier nicht. Genau, weil hier in der Ecke ist er. Ne, das war er nicht mal. Okay. Fuck. Ja, ich muss mich echt zusammenreißen. Sonst schaffe ich das wirklich nicht gegen diesen Typen, weil der ist wirklich gut. Da ist er ja schon. Aber er hockt so typisch, wie er ist, wie er ist, wie ein Nycton. Kannst du mal aufhören? Kannst du mal aufhören? Verpiss dich. Ja. Da ist er. Boah, dass ich das noch aufhole. Da bin ich echt gespannt. Wo ist er? What the fuck? Hey, holy shit. Typ ist nicht schlecht. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind so gearscht. Der Typ ist wirklich gut. Alter, ich bin froh, dass es Leute gibt wie ihn in Waffenspiel. Die euch wirklich aim haben. Ja. Das gönne ich ihm. Ich gönne es ihm. Nicht schlecht. Er nimmt halt die gute Taktik. Er bleibt hinten auf einen Spawn. Also hinten im Garten bei irgendeinem Haus. Und checkt halt überall die Lage. Er sieht wieder einen Spawn hinten. Dann sieht er wieder einen Spawn in die Mitte. Knallt dort die Gegner ab. Keine schlechte Taktik. Wir laufen eher mehr öffentlich herum. Naja. So Leute. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder von Spiel mit der Waffe. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.